Lichtwertlehre. Lichtwertlehre ist eine Lehre, die sagt, dass die pflanzliche Kost der tierischen überlegen ist und je näher etwas an der Natur ist, umso besser ist es. Lichtwertlehre spielt also in der Ernährungskunde eine wichtige Rolle und gerade in der Vollwertkost und in der Naturkost spielt Lichtwertlehre eine wichtige Rolle. Kolat hat diese Lichtwertlehre von Bircher Benner noch ausgebaut und hat eben unterschieden zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Lebensmittel ist das, was Leben hat und das, was einen hohen Lichtwert hat, hat eben auch viel Prana. Im Yoga würde man zum Beispiel sagen, dass wir über die Nahrung nicht nur Nährstoffe aufnehmen, sondern eben auch Prana. Und je natürlicher etwas ist, umso mehr Prana ist enthalten. Also frisches Obst, dann ist etwas, ist besonders gut, wenn du das Obst direkt vom Baum pflückst oder auch von den Beeren direkt pflückst, von den Sträuchern, dann ist dort sehr viel Prana drin. Man würde auch sagen, da ist noch ein hoher Lichtwert drin, denn es ist relativ nah an der Pflanze. Schon je länger etwas gelagert wurde, umso geringer ist der Lichtwert. Aber natürlich ist der Lichtwert von frischen Karotten, die du auf dem Markt bekommst oder im Bioladen, noch erheblich höher als zum Beispiel gekochte Karotten oder Dosenkarotten oder auch tiefgefrorenes Obst und Gemüse. All das hat einen geringeren Lichtwert. Also je mehr du Rohkost zu dir nimmst und je näher du es an der Natur hast, umso höher ist der Lichtwert, umso höher ist das Prana. Und je mehr etwas gekocht ist, je mehr etwas gelagert ist und je mehr es zubereitet schon vorher ist, umso niedriger ist der Lichtwert, umso niedriger ist das Prana.